Ich bin wieder da, ich bin wieder da, wieder da, das minecraft kommt ist aber gerade eine Aufnahme. Okay gut, ich will gar nicht langs Nacken. Ich wollte nur kurz sagen warum und wieso, weshalb. Also erstens warum keine Videos mehr kamen so urplötzlich war, es lag einfach an der Schule. Ich habe ja von Anfang an angesagt gehabt, dass ich mein Abitur schreibe und das in dem Fall erst mal vorgeht. So dann habe ich mich jetzt erst mal aufs Abitur konzentriert. YouTube halt jetzt letztens einige, die mich immer noch schauen, sehen oder wissen, dass ich ab und zu vielleicht eine Kleinigkeit hochgeladen habe, war jetzt nichts wildes, nur ein paar CSGO-Videos. Auf jeden Fall gibt es heute Abend einen CSGO-Livestream, beziehungsweise nicht, einen 24-Stunden-Livestream, nicht CSGO-Livestream, zum Comeback des Jahres. Und daher, ja ihr seid alle herzlich eingeladen. Link wird auch noch mal in der Beschreibung stehen. Und ja, dann... Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Bild bekomme. Okay, gut. Was sollen wir das jetzt sagen? Egal. Und ja, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich werde alles mögliche spielen, vielleicht auch ein bisschen Minecraft. Ich bin ja jetzt in letzter Zeit nicht so der... In letzter Zeit habe ich nicht so Lust auf Minecraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch... Ich habe auch vor, nicht mehr so viel Minecraft zu bringen, sondern auch mal was anderes zu machen, wie zum Beispiel CSGO. Interessiert ja wahrscheinlich auch... Spielen wahrscheinlich auch viele. Dazu kommt noch... Okay, hier war ich ja... Da muss ich rechts rum... Das ist ja auch eigentlich... Ja... Eins der Spiele... Counter-Strike ist ja eins der Spiele, die ich schon seit Ewigkeiten Spiele. Und ähm... Ja... Und ähm... Auf jeden Fall werden jetzt auch wieder regelmäßiger Videos kommen oder öfter Videos kommen. Nicht immer Minecraft, auch andere Sachen. Und ähm... Joa, ich hoffe, ihr werdet damit einverstanden sein. Wenn es euch nicht gefällt, was ich mache. Also wenn ihr einfach keinen Bock habt... Ähm... Sonst, wenn ich das nicht nur Minecraft bringe, dann hört auf, die Videos zu disliken und kümmern euch... Oder deabonniert mich dann einfach, weil das wird eh nichts bringen. Darum würde ich euch bitten. Die Aufnahme leckt gerade. Egal, wenn die Aufnahme leckt, dann tut mir das leid. Es geht eigentlich mir gerade eher ums Reden. Und ähm... So... Warte, dann werden wir mal ein paar Sachen runterbringen hier. Weg damit. Weg damit. Also natürlich, ich werde weiterhin Minecraft bringen. Auch mit den üblichen alten Verdächtigen jetzt wieder. Jetzt habe ich ja mehr Zeit. Vlogs werden wahrscheinlich hoch. Auch ein paar kommen. Und ähm... Ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder da bin. Das Video wird wahrscheinlich jetzt auch nicht länger... Nicht viel länger gehen. Und ähm... Hier ist der PotatoFaust... 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 Oh mein Gott! Ist dein Ernst? Aber ich würde mich freuen, wenn auf jeden Fall... Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die alten Verdächtigen wieder dabei sind und... mich helfen... Oder mir helfen... wieder zurück... Äh... Joa... Wieder... auf das alte Standard von früher... zu kommen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Deswegen... sage ich jetzt in dem Sinne auch einfach mal... auf Wiederwählen. Und ähm... und würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall einen Kommentar da lässt, ob euch das gefällt, wenn ich auch mehr andere Sachen als Minecraft mache und... alles Mögliche. Auf jeden Fall sage ich dann erstmal bis dahin. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr euch auch auf mich. Tschödel erau is! Bis zum nächsten Mal.